Wartezimmer Laut flüsternde Mütter ermahnen Kinder zur Ruhe, Halten Ausschau nach verständigem Lächeln. Reihum leidvolle Blicke, welche verkünden sollen, Wen denn das Schicksal am härtesten schlug. Gesetzte Witwen buhlen um den Thron der Kränkesten. Ein Wettstreit der Gebrechen. Und doch haben sie es noch bis hierher geschafft. Der Elsch sitzt daweil schweigend in der Ecke und denkt sich seinen Teil.